Danke. Ich hatte schon genug Rotwein. Vielen Dank. Na du? Wir haben uns lange schon nicht mehr gesehen. Wie geht es dir so? Das letzte Mal war, glaube ich, letztes Jahr an Weihnachten und du hast dich nicht geweldet. Du hast dich nicht geweldet. Ist nicht schlimm. Ich nehme dir das überhaupt nicht böse. Du weißt doch, Tantilein hat dich lieb. Ach, Schätzlein, mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, dass es mit den Verwandten... Nee. Als ich so alt war wie du, da habe ich auch nicht gerne telefoniert mit meiner Tante oder sonst sehen. Und alles gut bei dir? Toll. Was hattest du noch mal studiert? Medizin? Nee. Was denn dann? Hm. Wirklich? Du hast dein Studium abgebrochen. Warum? Okay. Und was machst du jetzt eigentlich? Du machst ASMR Videos? Was ist das denn? Aber wirklich so vor der Kamera? Okay. Okay. Weiß deine Mutter da was von? Ich werde dir da gar nichts erzählen, aber... Verdienst du damit auch Geld? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schätzlein, sag mal... Du weißt doch... Tante Leiner, dich lieb und so. Deswegen möchte ich ehrlich zu dir sein. Du bist wirklich... so, so eine tolle, hübsche Person. Ja, du siehst super hübsch aus und alles. Ähm... Aber erzähl mir doch eines. Warum trägst du immer diese Peggy Klamotten? Möchtest du... Dein Geschlecht wechseln? Oder warum... Siehst du dich immer so an? Ich frage ja nur aus Interesse, weil... Ähm... Ich finde das schon ziemlich auffällig, wie du dich anziehst. Ich meine... Es ist... Es ist... Es ist okay. Es ist... Ähm... Es ist dein Style. Genau. Genau. Deswegen frage ich nur... Okay. Wenn es dir gefällt... Guck mal, wenn es dich glücklich macht, dann ist es doch die Hauptsache. Ne. Ich meine nur, weil... Ich dachte mir nur, das kannst du ja nicht wirklich hübsch finden. Aber anscheinend... Wenn es dir gefällt, dann ist es doch wirklich... Ähm... Die Hauptsache. Trinkt man jetzt heutzutage so? Ne. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ich bleib da doch lieber klassisch. Also... Äh... Steht ja... Steht ja... Steht ja... Definitiv. Also... Ich bleier... Ich bleier... Abwech... Ich bleier... Also... number... Ich bleier... Wirken... Also... Ich suchte eigentlich meinen Kamm. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier heute noch gehen wird. Was hat deine Mutter gesagt? Wie lange wollt ihr noch machen? Ich wollte noch meine Serie schauen, deswegen. Die läuft immer um 22 Uhr. Spätestens dann bin ich hier weg. Das kannst du mir glauben. So toll ist es ja auch nicht. Es ist auch echt unglaublich, wie die sich alle nach zwei Gläsern Wein aufführen. Sollten dir keinen Anstand. Hast du dich heute geschminkt? Ja sieht man. Siehst ein bisschen blass aus. Warum schminkst du dich denn nicht gerne? Möchtest du lieber so ein bisschen tomboyisch sein? Okay. Soll ich dir da mal ein bisschen aushelfen? Ich hab da was dabei. Komm ich mach dich mal ein bisschen hübscher. Doch. Du bist unglaublich hübsch. Du hast wirklich ein tolles Gesicht. Tolle. Hohe Wangenknochen. Ja. Schöne Augen. Aber die Lippen. Die hast du nicht von meiner Seite. Weißt du. So. Ich hab da eine Kosmetikerin. Ich geh da zweimal im Monat hin. Die kann ich dir wirklich empfehlen. Ja. Die macht auch andere Dinge. Nicht nur Kosmetik. Die macht auch hier bisschen Lippen und bisschen Wangen. Wangen hast du ja schon. Aber ähm. Ja. Die Lippen. Da könntest du so ein bisschen noch Volumen gebrauchen. Ja. Vor allem hier in der Oberlippe. Aber ansonsten bist du wirklich. Bist du wirklich hübscher. Ah ja. Ich kann dir gerne die Nummer durchgeben. Falls du sie anrufen möchtest. Jetzt in der Weihnachtszeit. Denke ich mal, dass sie im Urlaub ist. Aber ähm. Anfang nächsten Jahres. Kann ich bestimmt für dich einen Termin klar machen. Wenn du möchtest. Ja. Dann geht das auch schneller. Möchtest du nicht? Warum? Girl. Früher oder später wirst du es eh machen. Schatz allein. Das kannst du mir glauben. Sobald hier die ersten Falten aufkommen. Hier. Und äh. Stirn oder sonst wo. Dann wirst du auch die Lippen machen. Das kannst du mir glauben. Mit der Zeit werden sie auch immer schrumpeliger. Und. Merk dir meine Worte. Deine Mutter kann. Was anderes erzählen. Aber. Früher oder später. Wirst du sie dir. Ausspritzen lassen. Ich mach jetzt mal ein bisschen eine Belege auf deine Haut. Klar! Klar! Topf. Wie fandest du eigentlich mein Geschenk? Hast du dich darüber gefreut? Schön, schön, schön. Du weißt, eure Tantilein macht immer die besten Geschenke. Na klar. Natürlich ist der Rekki nahe. Was denkst du denn? Klar. Nein, nein, nein. Ich schenke dir keinen Peck, 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 Peck Schmuck. Klar. Hundert Prozent. Echt? Ja. Wo ich den her habe? Ist der Türkei. Da gibt es ein paar ganz tolle Läden, wo ich immer hingehe. Aber die sind da auch wirklich hundertprozentig echt. Nur weil es aus der Türkei kommt, heißt es ja nicht direkt, dass es gefälscht ist. Also, was denkst du denn bitte von mir? Betone ich mal ein bisschen deine Wangenknochen noch mehr. Ja. Es ist so. Ich mag Drogerieprodukte nicht. Die sind mir alle ein bisschen zu billig. So. Wirst du eigentlich deine Nase machen lassen? Echt nicht? Die war letztes Jahr noch so ein bisschen globiger. Hattest du noch so eine kleine Knallnase? Jetzt ist die viel schmaler. Wie kommt's? Hast du abgenommen? Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wenn du das sagst. Toll. Wirklich toll. Bist du wirklich von her zu her hübscher? So wie dein Tantilein. Machen wir dir noch schöne rote Lippen. Rote Lippen magst du nicht? Doch. Rote Lippen magst du. Rote Lippen muss man küssen. Ampropos küssen. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Jetzt langsam. Na ja, Partner. Ich hab's dir letztes Jahr schon gesagt. Soll ich es nochmal wiederholen? Du weißt, wie das ist, na? Ab 25 sind alle guten Männer und Frauen weg. So. Da solltest du dich beeilen. Bist du nicht mehr weit von entfernt, na? Von der 25. Aber die Jungen heutzutage ist ja mit allem viel zu hinterher. Ja, Menschen studieren, Berufsleben, ähm, Partnersuche, Haus kaufen, Baum pflanzen. Die hängt ziemlich hinterher. Als ich 25 war, hatte ich schon drei Kinder und zwei Jahre. Gut, ein paar Jahre später hab ich dann alles verloren. Genauso noch da, aber auch so einen Mann hab ich verloren, aber hey, bis 25 hatte ich mein Leben im Griff, ja. Aber die Männer mit dem Alter, die werden halt auch nicht reifer, ne? Das sag ich dir. Da wollen sie nicht mal die Dinge machen, die eine Frau glücklich machen. Und da muss man einfach, muss man einfach die Reißleine ziehen, ja. Und sich jemanden suchen, der das alles noch mit, einer Frau mitmacht. Die werden faul. Helfen nicht mehr im Haushalt mit. Bring nicht mehr den Müll raus. Ähm, wenn was im Haus kaputt geht. Weißt du, wer das repariert? Ich. Ich bin das, die das am Ende repariert, ja. Und das kann ich dir sagen. Lass mich dir eine Weisheit mitgeben fürs Leben, ja. Lass dir das mal gesagt sein. Pass auf. Du bist auch viel zu jung, um das zu verstehen. Aber, weil du den Mann immer beschützt und ähm, alle Aufgaben selber im Haushalt übernimmst, ja. Dann wirst du irgendwann deine feminine Energie verlieren. Ich weiß nicht, ob du überhaupt feminine Energie in dir haben willst oder hast, so wie du dich anziehst. Aber ich nehme an schon. Irgendwo in dir hast du deine feminine Seite und deine männliche Seite, ja. Also deine maskuline Seite. Und wenn du die Männer immer schonst und alles selber machen willst, ja. Weil du meinst, du kannst es besser machen, dann wirst du irgendwann deinen Mann so lehren, dass er nichts mehr anfasst muss. Das heißt, er wird von seiner maskulinen Energie in seine feminine Energie rüber gehen. Wohingegen du von deiner femininen Energie in die maskuline Energie rüber gehen wirst. Und das ist nicht richtig. Du musst in deiner femininen Energie bleiben. Du musst dich von dem Mann bedüden lassen, was auch immer. Klar, du kannst doch Dinge mal selber machen und was weiß ich nicht. Aber, äh, pass bitte auf, dass du nicht so sehr in deiner männlichen Energie lebst. Kleine Weisheit von mir, bin der dann der du. So, dann lass mich nochmal deine roten Päckchen, ja, die sind so schön rot, so schön rot und puffig, ähm, nochmal ein bisschen betonen mit einem rosa Plush. Okay. Habe ich sehr gerne getan, sehr, sehr gerne. Schau mal, findest du nicht, dass du jetzt einfach viel erwachsener aussiehst? Viel schöner, viel eleganter. Jetzt werden dir wirklich alle hinterherlaufen, das kannst du mir glauben. Vorher warst du auch hübsch, aber du musst ein bisschen, ein bisschen an dir arbeiten. Vielleicht noch deine Augenbrauen. Ab und zu zupfen, ja. Und hier hast du auch ein bisschen Damenbart, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich habe auch einen Damenbart. Du kannst ihn gerne dran lassen, dann passt das auch wirklich zu deinem Baggy. Was auch immer das ist, aber mein Ratschlag wäre es, den ein bisschen, ein bisschen hier zu stützen wenigstens. Du weißt schon, dass, wie viel brauchst du denn? Ja, meinetwegen, meinetwegen, ja. Aber sag das nicht deiner Mutter, dass ich dir Geld gegeben habe für Zigaretten, okay? Okay. Da kann ich dir doch vertrauen. Wie viel brauchst du, hast du gesagt? So. 5 Euro. Ja. Und weiter hier lang. Ich will nichts mehr davon hören. Und weiter hier lang. Ach, guck mal, es ist so spät schon. Ich glaube, ich muss gleich los. Nein, 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 länger bleibe ich nicht. Das ist mir genug für heute. Genug sozialisieren fürs ganze Jahr erstmal. Willst du auch? Ist auch ein Unisex-Parfüm, deswegen passt das auch gut. Zu dir nehme ich an. Okay, okay, tut mir leid, tut mir leid. So, dann melde dich bei mir, okay? Wenn du dich nicht melden willst, dann muss ich wohl annehmen, dass du mich nicht liebst. Spaß, Spaß, Spaß. Du weißt doch, ich mache immer Spaß. Spaß, Spaß. Ich weiß doch, wie sehr du mich liebst. Du hast mich am meisten lieb, ne? Aus der ganzen Familie. Ja, ja, ja. Ach, keine Sorge, ich mache doch nur Spaß. Ja, und kein Wort zu deiner Mutter für die 5 Euro. So, das ist gut. Das ist gut.